Das Wochenende wird auf jeden Fall deutlich kühler und teilweise nass. Schauen wir uns die nächsten 24 Stunden mal näher an. Heute Nacht, da ist es wechselnd bewölkt und es kann örtlich etwas regnen. Morgen teilen sich Sonne und Wolken den Himmel und es gibt Schauer bevorzugt im Norden und dann auch vereinzelt mit Blitz und Donner. Am Nachmittag zeigt sich vor allem hier in der Südhälfte die Sonne. Heute Nacht wird es im Taunus mit 7 Grad am kühlsten, sonst haben wir 8 bis 14 Grad. Morgen noch etwas kühler mit nur noch 16 bis 21 Grad, auf den Bergen 12 bis 16 Grad. Der Sonntag sieht schon wieder trockener und auch sonniger aus, Höchstwerte 17 bis 22 Grad. Die neue Woche beginnt mit mehr Wolken als Sonne und etwas Regen, dabei werden 19 bis 24 Grad erreicht. Und am Dienstag erwartet uns trockenes und oft freundliches Wetter und Temperaturen bis 28 Grad.